Bemüht sich der BVB um Shootingstar Lenny Jouro vom OSC Lille? Der 17-jährige 1,90 Innenverteidiger soll laut dem Portal 90 Minutes unter anderem das Interesse von Borussia Dortmund geweckt haben. Unter anderem ist ja bekannt, dass man beim BVB definitiv die Augen nach Verteidigern offen hält. Wir alle wissen noch, dass kurz vor Ende der letzten Transferperiode der Wechsel von Amel Belakocab zum BVB geplatzt ist. Entsprechend ist es keine Überraschung, dass man da in den kommenden Transferperioden eine Alternative an Land ziehen möchte. Und eine solche könnte dabei eben der junge Franzose Lenny Jouro sein, der gerade dabei ist, seine erste Profisaison als Stammspieler zu absolvieren. Und dabei hat er sein bemerkenswertes Potential schon eindeutig unter Beweis gestellt. Er ist stabil in den Zweikämpfen, sowohl am Boden als auch in der Luft. Er hat eine enorm hohe Passgenauigkeit und ist kein Spieler, den ich als großartig fehleranfällig bezeichnen würde. Was in dem Alter als Innenverteidiger meiner Meinung nach schon ziemlich krass ist. Von daher sprechen wir hier auf jeden Fall von einem Spieler, den man auf dem Schirm haben muss. Wenn man einen Verteidiger sucht, der potenziell mal zu einem ganz Großen heranreifen könnte. Auch mit Blick darauf, dass ein Mats Hummels nicht mehr ewig weitermachen wird, selbst wenn er jetzt noch eine weitere Saison dranhängen sollte. Allerdings wäre Jouro nicht gerade günstig, denn sein Marktwert liegt bereits bei 18 Millionen Euro. Jedoch läuft sein Vertrag nur noch bis 2025, weswegen spätestens im kommenden Sommer eine grundsätzliche Entscheidung fallen dürfte. Verlängert er oder geht er den nächsten Schritt? Borussia Dortmund wäre ein nächster Schritt, der schon vielen Talenten den Weg nach ganz oben ermöglicht hat. Der BVB ist aber nicht der einzige Interessent, denn neben den Schwarz-Gelben haben auch Chelsea, Liverpool, Manchester United, Paris Saint-Germain und Atletico Madrid ein Auge auf den 17-jährigen Verteidiger geworfen. Alles Vereine, die in der Lage sind, nochmal ordentlich mehr Geld auf den Tisch zu legen, als es der BVB ist. Dennoch sollte man beim BVB entscheiden, hier ernst zu machen, dann hat man wahrscheinlich immer noch beste Argumente, was die Entwicklungsmöglichkeiten und potenzielle Spielzeit angeht. Lenny Joro, für mich ein Spieler, den man in Dortmund definitiv weiter im Auge behalten muss. Naja gut, was heißt muss, sagen wir sollte. Ein Spieler von Eintracht Frankfurt, an den RB Leipzig laut Food Mercato-Infos angeblich Interesse haben soll, ist Dina Ebimbe, dessen Entwicklung man laut dem neuesten Bericht intensiv verfolgt. Es heißt, bei RB sei man vom Potenzial des dynamischen Allrounders absolut überzeugt und ja, Ebimbe verfügt zweifelsohne über ein sehr großes Talent und könnte einer von denen werden, die der SGE eines Tages eine sehr hohe Ablöse einspielen werden. Klar ist aber auch, dass Ebimbe noch bis 2027 an Eintracht Frankfurt gebunden ist, sodass die Verantwortlichen bei der SGE hier keine Eile haben, reagieren zu müssen. Es sei denn, es kommt vielleicht ein sehr unmoralisches Angebot rein, aber das würde ich Stand jetzt dann doch eher für sehr unwahrscheinlich halten. Rein sportlich sehe ich auch persönlich, dass Ebimbe noch nicht so weit ist, auf die nächsthöhere Ebene zu wechseln. Für seine Entwicklung ist Frankfurt meiner Meinung nach gerade der beste Ort. Dort kann er in Ruhe wachsen und daran arbeiten, seine Leistungen konstant abzurufen. Von daher halte ich es, wie gesagt, für unwahrscheinlich, dass ein Abschied in naher Zukunft ein akutes Thema wird. Aber solche Gerüchte sind, wie ich finde, auch immer ein Nachweis dafür, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht und dass der Spieler eben über ein sehr spannendes Potenzial verfügt. Gute Nachrichten habe ich an der Stelle jetzt für alle Bayern-Fans, denn Thomas Tuchel hat bestätigt, dass Manuel Neuer gegen Darmstadt auf jeden Fall im Tor stehen wird und damit nach fast einem Jahr sein Comeback feiert. Vorausgesetzt, es passiert jetzt nicht irgendetwas Unerwartetes. Spannend wird es dann sein zu sehen, in welcher Verfassung sich Neuer befinden wird. Klar ist natürlich, dass er voraussichtlich einige Spiele brauchen wird, um, ja sagen wir mal, wieder warm zu werden. Sein Ziel ist es, wieder absolutes Top-Niveau zu erreichen. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Neuer war vor seiner Verletzung schon nicht mehr der Unantastbare, meiner Meinung nach. Und jetzt nach fast einem Jahr ohne Pflichtspiel, mal sehen. Aber klar ist auch, wenn es einen gibt, der es schaffen kann, dann ist es zweifelsohne Manuel Neuer. Das muss man bei aller durchaus auch berechtigten Kritik mal gesagt haben. Ich sag euch ganz ehrlich, ich wäre in beide Richtungen nicht überrascht. Wenn er es nicht mehr packt, seine Klasse abzurufen, dann wäre es bei seiner Verletzungshistorie fast erwartbar. Gleiches gilt aber auch dafür, sollte er es packen. Immerhin sprechen wir hier von einem der besten und erfolgreichsten Torhüter aller Zeiten. So, kommen wir jetzt auch nochmal zu Jadon Sancho, der in den Medien gefühlt omnipräsent ist. Und das, obwohl er gerade überhaupt kein Fußball spielt. Die Situation um den 23-jährigen Engländer ist unverändert. Er ist suspendiert und es ist weiterhin nicht absehbar, dass sich etwas daran ändern wird. Denn es wird von ihm erwartet, dass er sich bei Eric ten Haag entschuldigt. Und das scheint für Sancho kein Thema zu sein. Aber gut, der neuste Bericht um Sancho kommt von VF Letic, wo man davon ausgeht, dass das wahrscheinlichste Szenario keine Rückkehr zum BVB ist, sondern ein verspäteter Transfer nach Saudi-Arabien soll der plausibelste Weg sein. Wie wir wissen, waren die Saudis Ende der vergangenen Transferperiode an Sancho dran. Jedoch war einer der Gründe, weswegen ein Wechsel nach Saudi-Arabien noch nicht zustande kam, dass zu der Zeit auch die Situation um Sancho und Ten Haag noch nicht eskaliert war. Hervorgehoben, warum Sancho jetzt eventuell doch bei den Saudis landen könnte, wird sein enormes Jahresgehalt, welches ja ungefähr bei 20 Millionen Euro liegen soll. Und da ist es klar, dass der BVB maximal die Hälfte zahlen könnte. Wo ich aber immer noch sage, ja mal sehen, ob Sancho überhaupt auf dieses Gehalt besteht. Denn es kam ja immer der Bericht, dass er von sich aus zurück nach Dortmund wollen würde. Und wenn er auch nur ein bisschen Bescheid weiß, dann weiß er, dass er dort keine 20 Millionen mehr bekommt. Aber gut, um diesen Bericht jetzt mal einzuordnen. Ja, the Athletic hat recht. Wenn es stumpf um die finanziellen Rahmenbedingungen geht, dann kann man einen Wechsel in die Wüste als plausibelstes Szenario bezeichnen. Rein sportlich muss man jedoch ganz klar dagegenhalten, dass wir hier eher vom Sinnlosesten sprechen. Denn von dort aus wird er nie im Leben nochmal relevant für beispielsweise die englische Nationalmannschaft werden. Es kommt jetzt halt darauf an, welche Ziele Sancho selbst verfolgt. Will er Geld? Dann kann er dorthin wechseln. Dann macht es natürlich Sinn. Sollte er jedoch vorhaben, sportlich nochmal nach vorne zu kommen und Interesse daran haben, zu zeigen, was in ihm steckt, dann wäre ein Wechsel innerhalb Europas der einzig richtige Weg. Und dann muss es ja auch noch nicht mal zwingend der BVB sein. Unter anderem sollen auch der FC Chelsea Juventus Turin und angeblich sogar der FC Barcelona über Sancho nachdenken. Entsprechend hat er sogar noch sehr viele hochkarätige Optionen. Und deswegen wäre ich schon ein wenig überrascht, wenn die Prognose von The Athletic tatsächlich eintrifft. Auch wenn ich das Ganze jetzt natürlich nicht völlig ausschließen möchte. Dazu haben wir schon viel zu viele talentierte Spieler in Richtungen wechseln sehen, wo man nicht unbedingt damit gerechnet hätte. Aber eins ist natürlich weiterhin klar. Für Manchester United wäre es natürlich das beste Szenario, wenn er nach Saudi-Arabien wechselt. Denn da könnte man natürlich die höchste Ablöse einstreichen. Man wäre ihn dann mutmaßlich auch direkt von der Gehaltsliste los und hätte dann Ruhe mit dem Thema. Das wäre wie gesagt für Manchester United wirklich das Optimum. Aber es geht halt nicht nur darum, was für den Verein am lukrativsten ist. Auch die Spieler haben da natürlich Mitspracherecht. Naja, wir bleiben bei all dem natürlich weiter auf dem Laufenden. Und bis dahin lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und in dem Sinne Freunde, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.